Es mag dem einen oder anderen absurd vorkommen, was der Tech-Markt gerade macht. Wir haben häufig schon über eine völlige Überbewertung gesprochen, zumindest mal durchaus relevanter und schwergewichtiger Titel, die wir hier im Index finden. Aber was soll man sagen? Die Marktteilnehmer, sie kaufen es und dann sollte man nicht sagen, das ist alles Quatsch, da stelle ich mich dagegen, sondern dann sollte man sagen, naja gut, wenn ihr meint, dann machen wir da halt auch mit. Das war unsere Quintessenz, über die wir gestern gesprochen haben. Es sah alles danach aus, als ob der Markt noch Lust hat nach oben. Wir sehen nochmal hier im 4-Stunden-Chart, machen wir uns das Bild nochmal groß. Wir sind ja stark nach oben gegangen. Das war ganz klar korrektiv. Darüber haben wir gesprochen und wir haben eine gewisse Chance gesehen, dass hier irgendwo eine Unterstützung ist. Nicht zwingend jetzt an der Stelle, aber irgendwo hier in unsere Boxen, die wir hier immer reingezeichnet haben, das Ausmaß stimmte. Ein Trigger ist hier an der Stelle gewesen, dass es für die, die es im großen Bild angucken, mit zunächst mal Mindesterwartungshaltung, dass wir hier drüber hinausgehen. Also meine Erwartungshaltung ist, dass wir, das ist der Future-Kontrakt jetzt hier auf den Nasdaq, also genau genommen der E-Mini-Nasdaq Future, Mitte September-Verfall 15.500. Da bin ich mir ziemlich sicher, haben wir eine realistische Chance, dass wir das überschießen werden. Wir können ja nochmal hier im Groben gucken, wie das ist, so von den Größenverhältnissen. Das ist ja immer ganz interessant mal zu gucken, wenn das so halbwegs gleich groß ist. Messen wir mal so den ersten Teil, das ging hier unten los, da und das ging bis hier hin. Das war die Korrektur, die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Dann sind wir im 1 zu 1 eigentlich nur bis hier. Also das ist so die nächste Gefahrenzone, dass es halt doch nur ein Dreiweller wird. Aber was soll das sein? Ganz ausschließend können wir das natürlich nicht. Viele von euch wissen, dass Trading natürlich was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Niemals mit dem Wissen, ja, das ist doch klar, was jetzt passiert. Da bin ich mal vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber es ist sehr häufig so, dass es Aussagen gibt, was ist ein sehr wahrscheinliches, sehr typisches Bild. Und wenn wir bis dahin schon hinlaufen, dann vermute ich sehr, dass wir das hier oben auch nochmal rausnehmen und weiterhin im bullischen Bild bleiben. Dagegen spricht eigentlich im Moment nicht ganz so viel. Aber wir müssen immer damit rechnen, bei so einer 1 zu 1 Situation, dass die ersten Marktteilnehmer abspringen. Das ist nicht eine Ansage, das gucken wir gleich im Kurzfristchart, ob wir da schon was sehen. Wir müssen nur damit rechnen. Wir können sowas aber erkennen, wie, das gucken wir uns gleich im Nahkampfchart an, nehmen wir mal an, es passiert in den nächsten Stunden. Dann müssten wir ernsthaft damit rechnen, dass, wenn wir diese Marke nochmal durchstoßen, dieses Zwischentief, Entschuldigung, das Zwischenhoch hier, das ist vom 28. Juli Nachmittag, Juno, Juno vorsichtig, nicht Juli, Juno hoch nachmittags, ungefähr 15.212. Also da gibt es nicht viele Zwischenhochs, die man da nehmen kann. Wenn wir das unterschreiten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ernsthaft nochmal irgendwas hier unten, muss jetzt nicht exakt hier sein, wo wir das sind, ansteuern. Wobei es zwei Varianten gibt, wie immer im Leben. Nämlich die eine doch nochmal ein bisschen drüber hinaus und dann runter. Stichwort Ending der Jörgen, mit Überschneidung. Oder vielleicht sogar etwas wahrscheinlicher, dass wir sogar direkt hier runter gehen, irgendwie auf diese Tiefmarken hier. Also sprich, so ein bisschen das, was wir hier haben, A, B, C und dann da nochmal runterlaufen. Merkt euch mal so ganz grob irgendwie eine Zone von 14.850 bis 14.650 so in etwa. Falls, das ist wichtig, jetzt nicht, dass ihr jetzt sagt, jetzt hast du das hingemalt, das meinst du, dass das passiert? Nein, das ist eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen will, die ich nicht als die wahrscheinlichste halte. Aber wenn der Kurs jetzt zeitnah in Nähe dieser 100%-Marke, also in der Nähe von ungefähr 15.400, gemessen auf den Future, wenn ihr abweichende Kontrakte handelt, müsst ihr das entsprechend anpassen. Gemessen habe ich den ersten Schub hoch und die gleiche Länge hier hinten nochmal, wenn ihr das in eurem Chart nachzeichnen wollt und vielleicht einen CFD oder irgendeinen anderen Kontrakt habt, der jetzt nicht genau den Future-Preis darstellt. Bis zu dieser Marke, wenn jetzt irgendwo in diesem Umfeld der 15.400 dann entsprechend jetzt schwächer auftritt, das heißt der Kurs vielleicht im 15-Minuten-Chart, in welcher Zeit eben auch immer, stark und schnell nach unten geht und dabei dieses von mir genannte Zwischenhoch unterschreitet, dann ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario vorzüglich sogar direkt zur Not mit nochmal Umweg, aber eben auch noch nicht so superbullisch, relativ realistisch. Ich mag völlig falsch liegen, aber das wäre ein sehr typisches, sehr klassisches Bild für den Fall, dass er sich dann nochmal ins Boxhorn jagen lässt. Dafür gibt es aber im Moment noch keine Anzeichen, auch im kurzfristigen Chart, zumindest mal jetzt im 4-Stunden-Chart sieht man es hier noch nicht. Das heißt, ich muss diese Option im Hinterkopf haben, nicht mit dem, ja, was passiert denn jetzt, A oder B, sondern mit dem, wenn der Kurs durch die Marke stößt, dann muss ich damit rechnen. Sprich, ich weiß jetzt schon, ich kann meinen Stopp für die politische Seite durchaus überlegen, hier drunter zu legen, denn dann ist die Chance, dass es nochmal hier runter geht, relativ groß. Würde mich das nicht stören, dann muss der Stopp aber unterhalb dieser Marke liegen. Also ihr seht, das müsst ihr jetzt entscheiden, was ist jetzt besser? Naja, wenn ihr hochaktiv seid, ist natürlich enger rein, raus, rein, raus unter Umständen sinnvoll, aber rein, raus, rein, raus ist A mühsam, es erfordert eine Menge von Aktivität und muss natürlich immer berücksichtigen, dass je nachdem, wie eure Gebührenstruktur ist, jeder zusätzliche Trade natürlich auch immer nochmal ein bisschen zusätzliche Kosten dann eben mit verursacht. Das ist auf diese Größenverhältnisse jetzt kein Drama, also das muss man nicht überdramatisieren, aber falls ihr das gleiche Prinzip auf einer ganz kleinen Ebene mal habt, dann berücksichtigt das, also wenn es in 5 Minuten schadet oder sowas, in dem Fall ist es ja 4 Stunden schadet, da ist es sicherlich nicht so relevant, weil die Bewegungsausmaße groß genug sind, dass Gebühren dabei eigentlich keine Rolle spielen. Oder eine sehr, sehr untergeordnete, ich bin mal vorsichtig, weil ich weiß ja nicht von jedem von euch die Gebührenstruktur, das solltet ihr natürlich im Auge halten für euch und für eure Plattform, auf der ihr da unterwegs seid. So, dementsprechend, eigentlich bin ich noch bullish, mit bester Chance, dass es hier drüber geht und sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir sehr gut vorstellen, allerdings ist das noch nicht zwingend, dass wir nach diesem Anstieg, den wir hier hatten, dieser Korrektur, die wir hier hatten, jetzt sogar weiter hoch gehen, später nochmal irgendwie eine Korrektur haben und noch weiter hoch gehen, wir also insgesamt diese generelle bundesche Richtung sogar noch weiter fahren. Davon halte ich relativ viel, insbesondere wenn Abwärtsbewegungen dreiwellig oder irgendwie so wackelig korrektiv sind, wie ich es hier jetzt mal angedeutet habe. Gibt es dafür irgendeinen Hinweis im kurzfristigen Chart? Wir können ja mal im 5-Minuten-Chart gucken, da habe ich mehr oder weniger die Zeichnung von gestern noch drin, das war der Anstieg, dieses A, B, C und wir haben gesagt, also das muss jetzt nicht, das war jetzt Zufall, nicht, dass ihr jetzt sagt, guck mal, hat er hier den Pfeil genau richtig gezeichnet? Das weiß ich im Vorhinein nicht. Ich möchte niemals, dass ihr den Eindruck habt, Mensch, woher weiß er das? Das weiß ich nicht. Das ist nur einfach, dass es statistisch eben häufig in diesem Bereich wendet. Jetzt hatten wir hier auf gleicher Höhe noch diese Zwischentieft. Das sind viele Indiziengeber. Das müsste man vielleicht nochmal kurz erwähnen, weil viele immer sagen, der Chart ist doch grober Unfug, dass der Kurs ablesbar ist am Chart. Es ist nicht der Chart, der irgendwie was macht. Es sind nur die Marktteilnehmer, die irgendwas machen. Und die Marktteilnehmer orientieren sich an was. An was orientieren sie sich? Natürlich an Nachrichten. Klar, wenn Nachrichten, wenn Informationen rauskommen, dann gucken nach Marktteilnehmer, ah, da muss ich jetzt aktiv werden. Das entscheidet über die Richtung. Das entscheidet, ob sie begeistert kaufen oder eher zurückhaltend. Wenn ich also zum Beispiel die Aufwärtsbewegung von hier angucke, habe ich nicht den Eindruck, dass das Ganze von Langeweile oder, na, eigentlich zweifle ich, sondern eher von, ich will das solch haben. Wir sind im Bullenmarkt, fertig. Ich kaufe zu jedem Preis. So sieht so eine Preisbewegung auf. Wir nennen das ein bisschen typischer eben einen Impuls, in dem Fall einen Aufwärtsimpuls und dementsprechend beste Erwartungshaltung. Hey, bullischer Markt, die Marktteilnehmer haben keine Sorge. Und solange die Abwärtsbewegung, im Moment haben wir hier keine Abwärtsbewegung, keine nennenswertige, zwischendurch immer mal so kleinere Rücksetzer, das kann sich durchaus mal ändern, dass wir später nochmal einen Rücksetzer kriegen. Aber wenn der Rücksetzer eben eher korrektiv aussieht, alternativ dazu dreiwellig aussieht, sind alle zwischenhoch oder Versuche hier auf kleinerer Ebene, eben Schub wieder hoch, wackelig runter, sind Einladungen für, da geht noch was, wir sind noch in der Verlängerung. Also ihr seht, ich hatte es eben angedeutet, so langsam aber sicher, bei 15.400 müssen wir damit rechnen, dass dieser Dreh kommt, bis dato, bis zu diesem Moment, ist noch nichts zu erkennen. Der Kurs ausschließlich bullisch unterwegs. Also dieses Drohgespenst, was ich hier eingezeichnet hatte, mit vielleicht geht es dann nochmal runter, vorsichtig mit dem Zwischenhoch hier, wenn das gerissen wird, dafür gibt es noch null Anzeichen. Es ist aber nur so, dass ich als Händler die Option, also den Gedanken dazu, dass das möglich ist im Hinterkopf, viele machen den Fehler aus meiner Sicht, dass sie sagen, ja, das kann ich sagen, glaube ich nicht. Beim Handeln ist weniger eine Glaubenssache. Handeln ist eher eine Sache, was sind es für Möglichkeiten, welche finde ich schlimm oder welche finde ich gut. Die, die ihr nicht gut findet, müsst ihr absichern, zum Beispiel durch einen Stopp, zum Beispiel durch eine Absicherungsposition, einen sogenannten Hedge, könnten wir nochmal an einer anderen Stelle besprechen. Aber im einfachsten Fall, ihr schließt die Position einfach wieder. Und das, was ihr nicht schlimm findet, das könnt ihr ja gewähren lassen. Und das hängt natürlich von euch ab, zum Beispiel von der Positionsgröße, von dem, wie häufig ihr aktiv sein wollten. Intraday-Händler, der jetzt die ganze Zeit daneben sitzt, der sagt sich, naja, ich setze doch den Stopp nicht da unten, da gehe ich doch lieber zweimal raus und freue mich über den kleinen Gewinn hier. Diejenigen unter euch, die jetzt sagen, Mensch, ich bin längerfristig long-orientiert, die interessiert das möglicherweise nur marginal, was im 5-Minuten-Chart zu sehen ist. Für die ist das eher so, ist ja schick, dass das nach wie vor gut aussieht, das reicht mir schon an Info. Aktivität muss ich jetzt nicht zeigen. Theoretisch habe ich Überlegungen, wo ich ungefähr mit meinem Stopp aktuell liegen muss, damit ich nicht sofort rausfliege, falls dann doch noch mal dieser eine Nachschubrücksetzer da kommt, der ja möglich ist, auch wenn es gar nicht so super wahrscheinlich aktuell aussieht. Wir haben gestern gesagt, der S&P sieht ähnlich gut aus. Das hat sich auch ähnlich ergeben. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass der S&P sehr stark von den Tech-Titeln da eben beeinflusst wird. Hier habe ich noch mal die Box, die hatte ich beim Nasdaq nicht mehr drin, aber das habe ich jetzt so häufig gezeichnet, das wisst ihr sicherlich. Das war die Zielzone, also die Erwartungshaltung, dass der Kurs mit irgendwie solchen Rücksetzern, also es muss jetzt nicht, es ging nur um die Höhe jetzt hier, dass er da irgendwie landen kann. Das hat er gemacht. Hier sah es nicht ganz so korrektiv aus, aber der Teil, den hatten wir uns gestern hier angeguckt, der sah gestern auch schon schön dynamisch nach oben aus. Deshalb haben wir gesagt, S&P und Nasdaq ist eben bullisch. Da hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Das ist alles super. Und das Überschießen, ich sage ja immer, das Mindestziel ist hier. Das Mindestziel heißt nicht, oh Gott, wir haben das Mindestziel jetzt drehter. Das Mindestziel heißt, also das neue Hoch da durchstoßen. Warum? Weil das war die Korrektur in diese Zone. Jetzt heißt es weiter nach oben laufen. Und weiter nach oben ist erreicht hier. Das heißt, wenn er da drüber ist, müssen wir halt damit rechnen, dass früher oder später wieder eine Korrektur kommt. Früher oder später heißt aber früher oder später. Das heißt, eventuell ab sofort danach, wenn er da drüber ist. Das ist möglich. Nicht super zwingend aktuell, wenn ich ehrlich bin, aber möglich ist es. Die andere Alternative ist, das kommt erst viel später. Und da wäre eine Überlegung, dass man halt vielleicht irgendwie einen Nachziehstopp dann wieder hinterher zieht, dass man sagt, na gut, der ist jetzt hier schon ausgestoppt worden. Wenn man das hier im ganz Großen, da würde man wahrscheinlich lieber einen noch langweiligeren Nachziehstopp hinterher ziehen für die ganz großen, also ganz langwierigen Händler. Aber dass man sagt, okay, wenn wir hier wieder Punkte auf der Unterseite kriegen, ziehen wir halt entsprechend hinterher. Oder wenn ihr ein bisschen enger unterwegs sein wollt, hier nach. Oder eben, was ich gerne mache, auch nach Elliot Pattern. Also ich will jetzt nicht das hohe Lied auf diesen möglichen Stopp-Mechanismus hier anlegen. Ich will nur, dass ihr so ein bisschen versteht, okay, das sind so Mechanismen, die man dafür nutzen kann. Also wir nutzen für unsere Trades in der Regel durchaus Supertrend und Parabolik immer wieder. Klassischerweise, wenn wir noch Erwartungshaltung haben, für weiter nach oben den Supertrend, wenn wir die Erwartungshaltung haben, jetzt wird es eng, denn wir sind im Zielbereich angekommen, wir möchten jetzt eine Wende verhindern, also die möchten wir nicht mehr unabgesichert lassen, dann ziehen wir enger nach, was typischerweise mit dem Parabolik ganz gut gelingt. Oder wir machen das nach Elliot-Wellenmuster, also das, was wir jetzt einstiegsmäßig besprechen, quasi für die Ausstiegsseite. Ist aber nicht so sehr das Thema jetzt hier für uns. Wir wollen ja jetzt hier erstmal eine Einschätzung haben, was jetzt weiterhin zu erwarten ist. Und ich sehe auch beim S&P aktuell da kein Nachteil. Wer mich im buchstäblichen Sinn enttäuscht hat, aber ich nehme das gerne hin, ist der Dow Jones insofern enttäuscht, weil die Aufwärtsseite sehr korrektiv aussah. Und ihr erinnert euch, ich habe gesagt, also entweder, wenn wir hier irgendwie was Umkehrmäßiges sehen, also irgendwie eine Kerze, aber da war jetzt auch nichts in der Richtung, oder wenn wir die Unterseite triggern, das hätte zum Beispiel dieses T4 sein können, dann wäre das nochmal Short à la das hier. So, er hat aber nicht gedreht, er hat also auch nichts getriggert, also insofern war meine Erwartungshaltung, Short wäre mir lieber, weil die Aufwärtsseite so doof aussah. Deshalb hatte ich gestern gesagt, also eine Long-Seite, bevorzuge ich ganz klar bei Nasdaq und S&P und nicht beim Dow Jones. Hier hätte ich die Short-Seite gemacht, wenn er was getriggert hätte vielleicht, aber stand ja gar nicht zur Diskussion, es gab ja null Ansätze dafür und insofern war meine Idee falsch, also es ist ja nicht passiert, aber es war auch fruchtlos, also es hat weder was gekostet, noch was gebracht, denn er hat gar keine Anstalten gemacht, mich hier auf dem falschen Fuß in die falsche Richtung zu bringen. Das ist leider nicht immer so, ich möchte gar nicht verhehlen, dass ich auch häufig mal falsch getriggert werde, aber die Wahrscheinlichkeiten dafür sind eben deutlich geringer, was eben dafür sorgt, dass ich natürlich öfter auch mal Minus mache, aber die Anzahl der Minus-Trades eben durch diese Trigger-Mechanik, durch die Überlegung, er muss auch zeigen, dass er wenden will, eben deutlich geringer ist und der Rest ist dann Chance-Risiko-Verhältnis, dass man dann sagen kann, ja okay, das passt dann schon. Also insofern, hier hatten wir ja gesagt, weil es so wackelig hoch war, auch hier im 5-Minuten-Chart sah das sehr wackelig, man sieht das hier gar nicht mehr so richtig, ich gehe mal auf den 15-Minuten-Chart, da sieht man ein bisschen die Details hier noch, das war mir zu wackelig, guckt mal die Rücksätze, alle überschneidend, da hatte ich kein gutes Gefühl. Jetzt könnte man im Nachhinein überlegen, was ist denn das gewesen, das könnte jetzt irgendwie was in den Leading sein, es könnte, keine Ahnung, ich weiß es nicht, da mache ich mir jetzt aber im Moment keinen Kopf drum, weil die anderen Märkte sehen schöner aus und hier haben wir vielleicht später noch mal die Chance, wenn der jetzt irgendwann wieder korrektiv runtergeht, dass wir sagen, ja gut, dann gehen wir da halt beim Dow rein. Ansonsten ist für mich zumindest mal relevant, ich bin nicht festgelegt auf einen bestimmten Titel, sondern, ihr habt es ja schon gesehen, ich habe gesagt, beim S&P und Nasdaq finde ich es gut, beim Dow mache ich dann auch keinen Trade. Wenn es da doof aussieht, warum soll ich das? Ich kenne einige, die dann sagen, ja ich bin Dow-Händler. Ja, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mich selber einschränken, wenn ein Markt doof aussieht? Ja, aber ich muss doch den handeln, weil ich will immer den hier gehandelt haben, dann nehme ich doch lieber die, die deutlicher sind und der sah eben doof aus und deshalb war das für die Long-Seite eben nicht so relevant. Insgesamt für den Aktienmarkt, wir haben es ja schon häufig angesprochen und viele von euch, die jetzt unsere Trades ja mitverfolgen, wissen das, wir sind immer noch mehrheitlich auf der Long-Seite, bin ich gar nicht undankbar, dass es weiter steigt. Kann ja kein Schaden sein, wenn der Gesamtmarkt nach oben geht, dann sollten dann die meisten Aktien mitgespült werden. Wie sieht es beim DAX aus? Beim DAX waren wir eigentlich so ein bisschen auf dem Trichter vom Dow, allerdings hatten wir gestern noch mal so ein bisschen angesprochen, naja, solange diese Korrektur eben nicht überschneidend ist, also das und dann hatten wir hier Korrektur, stärkste Bewegung, häufig mit einem Gap in der Mitte, die dritte Welle und diese Korrektur, dieses Tief, ich mache es mal groß, dann könnt ihr das besser erkennen, dieses Tief hier ist höher als dieses Hoch. Ich mache noch mal alle Zeichnungen weg, damit ihr das besser erkennen könnt, nicht dass ihr nachher sagt, naja, wenn du da so fett rüber malst, also wenn ich jetzt hier eine hohe Linie da dran mache, dann seht ihr, das ist klar nicht überschneidend, der ist also über dieser Korrektur. Wir hatten also hier so den ersten Teil hoch, dann hatten wir hier die Korrektur, dann hatten wir die dritte Welle hoch, wieder eine Korrektur, die nicht überschneidet und wir sind jetzt wieder nach oben, Verdacht, könnte das quasi ein Fünfweller sein, nicht überschneidend, also ein Impuls, nackig, rein theoretisch würde man das in etwa so zeichnen, zweimal Rücksetzer, zum Beispiel hier und da, nicht überschneidend, haben wir nicht überschneidend, vorne scharf, Mitte scharf, hinten scharf, vorne scharf, Mitte scharf, hinten scharf, ja, das könnte das hier sein, gestern hatte ich noch gesagt, also wenn wir da durchgehen, dann ist schnell der Verdacht, dass das nur ein ABC3 Weller wird, dann hätte er aber hier noch durchgemusst, hat aber nicht gemacht und damit ist das Thema für die Short-Seite ebenfalls vorbei, so ähnlich wie beim Dow Jones, da waren wir gestern nicht so ganz sicher, zumal Dow Jones und DAX häufig sehr ähnlich sind, hier gab es jetzt noch die fünfte Welle und das ist super, denn nach einer fünften Welle würde ich klassischerweise erwarten und das ist meine Erwartungsverhaltung für morgen Samstag, nee, nicht ganz, also für Montag und vielleicht auch noch Dienstag, je nachdem wie viele Tage er braucht, dass der Kurs hier als nächstes irgendwann mal eine Korrektur macht, also ich könnte mir vorstellen, dass wir Montag oder Dienstag hier irgendwann mal einen Rücksetzer sehen, das ist jetzt schematisch, aber es ist ziemlich exakt das, was wir beim Nasstag gestern gezeichnet haben und ihr erinnert euch, so in die Mitte des Raums wieder rein, vielleicht auch noch mal in diese Höhe, das muss jetzt nicht exakt da sein und anschließend geht es dann weiter nach oben, dann hätten wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, A, B, C nach unten und wir hätten dann die dritte oder zur Not auch C-Welle zumindest noch mal mit Erwartungshaltung, dass wir hier rüber gehen. Also das heißt, alles was ich im Moment von dem Tief hier, wer es nicht sehen kann, Tief war 26. Juni, alles was ich rechts vom Tief hier sehe, gefällt mir aus bullischer Sicht sehr gut, der DAX macht im Moment einen sehr guten Eindruck, was die bullische Seite angeht, mein Wunschszenario wäre jetzt, dass er bald, jetzt heute wird das wohl nichts mehr, aber dass es bald korrektiv nach unten geht, wir erinnern uns, korrektiv ist entweder mehrfach wackeln, wie ich sage, mit über Kursüberschneidungen hier, wenn es das nicht sein soll, dann von mir aus auch eine A, B, C und dann wären das Longtrigger. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ich in der nächsten Woche ziemlich wahrscheinlich mit euch mal so einen Longtrade hier in Erwägung ziehe, unter der Voraussetzung, dass die Marktteilnehmer das auch schön genug hinbekommen. Das muss nicht exakt so aussehen, was ich mir aber wünschen würde dafür, ist, dass die Bewegung tief genug geht, ich kann es mal so ungefähr andeuten, tiefster Punkt, höchster Punkt, ich nehme mal an, dass heute nicht mehr viel passiert, also nehmen wir mal an, das ist der höchste Punkt, dann 38, 50, 61er Marke hier, sowas in der Richtung, da sollte er reinlaufen, das ist ein bisschen höher jetzt als das, ihr seht, das ist nicht exakt so, wie wir es beim Nasdaq eben hatten, im 5-Minuten-Chart, sondern es ist ein klein bisschen höher, aber die Erwartungshaltung irgendwo da rein, das ist eine ganz gute Orientierung, um dann anschließend zu sagen, okay, das hier wäre das, was ich als nächstes will. Entweder hier hardcore-mäßig gucken, ob ihr im kurzfristigen was findet, oder dann später hier, aber das Detail gucken wir uns ja nächste Woche an, da will ich noch nicht vorgreifen, aber schon mal ein bisschen zur Übung. Dieses Verhaltensmuster, was ich euch hier gerade zeige, im 15-Minuten-Chart, findet ihr regelmäßig auch auf Tagesebene, auf Wochenebene, auf 5-Minuten-Ebene, vielleicht auch auf 1-Minuten-Ebene, wenn ihr also auf eigene Faust zwischendurch auch mal gucken wollt, auch andere Titel, nicht nur zwingend die großen Indizes, seid ihr natürlich eingeladen, das zu tun, ansonsten will ich gerne euch, meine Ideen dazu, die gehen ja nicht immer gut, aber meine Ideen dazu zeigen, denn die Chance, dass das Ganze entsprechend gut sich auflöst, die sind relativ hoch und deshalb freue ich mich, wenn wir das dann gemeinsam durchgehen. In diesem Sinne wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Macht's Beste draus, aus dem heutigen Handelstag nochmal und da freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, ciao, ciao.